Der Theologe Giordano Bruno wurde 1548 in Nola bei Neapel geboren. Bruno war seit seinem 18. Lebensherr zunächst Mitglied des Dominikanerordens, welchen Papst Gregor 1231 mit der Verfolgung von Ketzern beauftragte. Als die Kirche Bruno selbst wiederholt wegen Ketzerei anklagte, verließ er den Orden. Seitdem führte der Nolana ein unruhiges Wanderleben quer durch Europa. In Venedig verhaftete man ihn schließlich. Nach siebenjähriger Gefangenschaft weigerte er sich weiterhin, seine Ansichten zu widerrufen, woraufhin ihn die Inquisition im Jahr 1600 öffentlich in Rom verbrennen ließ. Giordano Brunos Hauptthema war die Unendlichkeit des Universums, da ein unendlicher Gott nur Unendliches erschaffen könne. Bruno stellte sich unendlich viele Sonnensysteme vor, zwischen denen es weder eine Mitte noch oben oder unten gäbe. Die anderen Welten könnten genauso bewohnt sein wie die Erde. Seine Theorie des Multiversums war beeinflusst von Kopernikus, Kepler, Nikolaus von Kuhls und Paracelsus. In seinem Unendlichkeitsgedanken lehnte sich Bruno zwar an sein Vorbild Nikolaus von Kuhls an, ging aber noch über ihn hinaus. War für Nikolaus die Welt noch die Ausfaltung Gottes? So identifizierte Bruno die Welt mit Gott im Sinne eines Pantheismus. Gott ist die Welt, der göttliche Geist ist die Natur. Laut Bruno belebt und bewegt eine unendliche Weltseele die grenzenlose Welt. Dabei verhält sich diese Welt wie ein großer Organismus, der aus vielen einzelnen Unterorganismen besteht, zum Beispiel aus Sternen, Tieren, Pflanzen, Menschen und Steinen. Die Elemente des Himmels repräsentieren die Elemente des Menschen. Unser Modell zeigt den Makrokosmos mit seinen Sternen und Sternzeichen. Klappt man ihn nach oben, zeichnet sich im Spiegelkegel der Mensch als Mikrokosmos ab, der alle Zeichen des Himmels an sich trägt. Dies beschreibt einen Gedanken, auf dem neben der Medizin und der Astrologie auch die Alchemie basierte. Unser Modell bildet deswegen die sieben Phasen des alchemistischen Prozesses aus einem Traktat des Salomon Trismones namens Splendor Solis, zu deutsch Glanz der Sonne, ab. In seinem Spätwerk entwickelte Bruno den Gedanken von Monaden als kleinst und einfachste Elemente der Natur, die das ganze Wesen der Dinge enthalten. Unser Modell bildet drei Figuren aus seinem Buch über die Monas, das heißt über die Einheit, ab. Die Figur oben veranschaulicht die Vierheit, die Figur unten links die Liebe, die Figur unten rechts den Geist. Auch der Mathematik wandte sich Bruno zu, als er dem von Fabrizio Mordente erfundenen Proportionalzirkel, einem auf den Strahlensatz basierenden Vorläufer des Rechenstabes, ein eigenes Traktat widmete. Mit dem Zirkel können verschiedene Distanzen abgegriffen und nach dem Strahlensatz multipliziert oder dividiert werden.